Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Folge vom God Simulator, ja danke Flasche, das ist explodieren, das geprucken. Ähm genau, wir könnten nochmals etwas anders ansehen. So, wunderbar, wenn wir schon kein Tier sind momentan. Genau, okay, wir sind drinnen. Jo, wir suchen immer noch, glaube ich, eine, ähm, schauen kurz nach. Sammlerstücke, Rampen, die Range hat nur eine schon. Baustelle, Suburbsville, haben wir nur eine gehabt. Suburbsville hat drei. Wo ist ein Fahrzeug, der einen Lager dringt. Ähm, muss man hinterladen. Kannst du, genau, laden. Ich habe mal ein kleines Bild. Wenn es nicht zu groß wird, das wird sicher ein gutes Abendmeld sein. Gut. Genau, die 35. So, haben wir schon ein Bild. Wunderbar. Ja, und manche machen das Offside, also ich mache das Insight. Im Spiel, in der Aufnahme. Hoffentlich stürzt es auch noch. Sonst habe ich mir gerne. Ist er da zum Kostisieren gewöhnt? Und was soll ich jetzt hier durchkommen? Putze. Wo. Nicht, du. Also ich magic. Ja, Mami. Tschüs, wir müssen ja hier sind drinnen. Ok. Sorry, hiff ich. Rufen wieder. Ich helfe den Ziegen, helft den Ziegen, Fass zu holen. So, wo hat's hier Rampen? Eine ist doch gleich hier beim Schwingen, da? Eine ist am See. Und hier ist irgendeine Rampen. Ringer, Rampen, Fahrer, Lass, Zehn, Leiter, Gleitze, Niedersponium, Gardeantrieb, Freude. Finde, was ich in der Kanalisation beschreibe. Hallo? Hey! Oh, Schocken. Wo ist denn die Kanalisation? Hä? Irgendwo? Spülkraft? Hm. Vielleicht irgendwo hier nur eine Dusche. Ich könnte irgendwo, was das so weiterfahren. Aber ich denke, das funktioniert einfach nicht. Wir haben ja die Kanalisation auf der anderen Seite entdeckt. Also, wo haben wir ein Auto? Oh, geil. Ohohohoho. Bester Platz. Wie schon, hier habe ich einen. Ah, muss nicht. Hey! Ist das Ding gewesen? Weg wieder. Ohohohoho. Also eine ist sicher hier. Wie kommt man denn mit dem ersten? Hey! Ich habe gar nicht falsch gestellt. Wo sind die Rampen, liebe Zuschauer? Sag doch. Schreibt doch irgendwas. Schreibt doch irgendwas. Schreibt doch was. Schreibt es was. In den Pfarrer und woher. Ja. Kann ich auch nicht so viel. Du weißt hier. Und schoss ich. Oh. Ja. Unglaublich viel. Wie die Steuerung einfach. Hm. Ich bin doch am Umschauen. Ich kann nicht auf Personen auch gehen. Mach ich immer wieder. Einfach immer so. Oh Gott. Was denn? Ich sehe keine Rampe. Ich gehe einfach zu denen. Also eine ist hier oben. Das ist keine Rampe. Das ist ne, ne, ne. Gut schon. Die war gar nicht so weit oben. Aber... Opa. Eins von ab. Okay. Eine ist am See. Ist hier auch eine? Hm. Okay. Kann ich mal ein bisschen ein bisschen... Woher kommt? Ist hier nicht eine Rampe? Oben? Ist das ne Landesspiele? Also eine muss hier irgendwo noch sein. Ist das Tier wieder ne Banane da oben? Ah, das ist die... Nein. Das ist eine andere nicht genau. Also zwei habe ich im Kopf gehabt. Aber wusste nicht genau wo sie war. Und die Dritte muss ich nur ganz gut sein. Okay. Das ist ein bisschen... Hier kann ich schon. Zwei von drei. Nein. Man macht sie einfach nie, weil man einfach dann später die machen möchte. Und wir machen es einfach leicht, aber weiss man nicht mehr genau wo das ist, oder? Wo die den Rampen sind. Wo die den Rampen sind. Ist nicht hier gleich die Rampen noch? Ist nicht hier gleich die Rampen noch? Ist nicht mega einfach. Ja, die Dritte ist schon schwer. Nein. Ist das auch nicht hier. Da ist die Pauk schon. Ja. Nein. Pauk war nicht. Verbringung. Das war ein geiler Gerät. Tschüss. Und sterben. Ähm. Da kann man halt immer frech und böse sein. In diesem Spiel kann man mal testen, wieso ist man böse zu sein. Ach ja. Klatsch. Geil. Ich habe es geschafft. Ja. So seht ihr das Spiel hat. Die Giraffe macht immer. Direkt versenkt. Ja. Giraffe macht es immer. Wie sie ausgeschlagen wird. Heftigst. Mit der passiert immer alles und öfters. Ich muss noch kurz den Halt zu kommen. Ey. Ich habe eher gedrückt. Spektakula. Die sind da oben irgendwo. Komm. Zeigt mir die Rampen. Des Glückes. Ein. In den Korb. Dahmer. Wo ist denn die Rampe, die ich suche? Wo ist denn die Rampe, die ich suche? Wo ist denn die Rampe, die ich suche? Da ist sie. Ich habe sie gefunden. Mann. Ich weiß, was ihr Name ist. Ein Gumm. Hier? Nein. Ja. Nein. 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 Meine Güte. Explodiert aus… So, jetzt ist Farallon and French Oh. Pass etwas auf celebrates. Schei late Dios! Wer hat das erfunden? Die Schweizer? Nein, das ist nicht die Schweizer. Aber ja, vom Rigola. Irgendwo muss ich hier eine Chance sein. Das ist ja die Bananenfabrik da. Ist hier hoch. Hier kommt man hoch. Ist da drüben eine Chance? Leider nicht. Oh, wie störungssensibel ist. Das ist unglaublich. Ja, du mich auch. Irgendwo in der Nähe von diesem Teil. Sollten wir nicht besparen. Ui. Muss alles was. Oh, oben drüben. Bananenfabrik. Geil. Man kann sie nicht über... Warum hat er das? Wenn das also nicht bremsen kann. Irgendwo nicht gerutscht hat. Das könnte ich mal hier nicht gerutscht werden. Auf dem Rohr auch. Gute. Baneben. Irgendwie. Nein. Hä? Ich wette es jetzt her, dass hier noch einer versteckt ist. Was macht der nicht die Geniehafte? Was ist das? Was? Kannst du auf eine Rampe irgendwo? Also mal kurz in der Vorrücksehe. So, also. Wieso fahre ich ohne Giraffe? Hä, was ist denn das für ein Bad? Was ist denn da eine Schanze, wenn man eine sucht? Sonst findet man immer stimmig Scheiße. Ich weiß nicht wo. Hm. Ja gut. Jetzt hat das Spiel ein bisschen zu laut. Das nervt so. Wenn das ein bisschen abgeht. So. Ja. Musik ist zu laut gewesen. Und so werden die Soundeffekte nebenbei. Ich hoffe einfach das. Der Part noch anständig. Ruhig ist. Ja. Sonst haben wir halt aber im Part ein bisschen einen Fehler bekommen. Ich habe nachgeschaut. Und die anderen Musik und so war nicht so laut. Und jetzt plötzlich ist es wieder laut. Vielleicht auch ein Update oder so. Tut mir leid. Ist halt immer wieder so. Man hat ständig dann immer wieder irgendwelche Veränderungen an den Sounds. Obwohl sie eigentlich nichts dran arbeiten. Und muss dann immer wieder mega schauen. Ja. Damit ihr es nicht zu laut hört. So. Also. Ist das ein Van? Ja. Ja und die soll ich jetzt nicht durch. Doch. So doof. Seid euch. So doof. Ja. Es ist aber ein bisschen nervig. Aber. So doof ist es auch. Juhu. Barkha ist hell. Neu aus. Super geschafft. Gut. So. Und hier unten ist doch auch noch her. Was? Zwei? Wo denn? Hä? Also der ist wahrscheinlich für die Hälfte oder für ein bisschen mehr. Rampen gefunden. Das können wir gleich wieder ausstellen. Ähm. Hier unten doch irgendwo noch oder so. Ganz oben. Hm. Glaub nicht. Wo könnte hier jetzt noch eine Rampe sein? Das könnte schon irgendwo hier drüben sein. Hm. Ja gut. Kann da überall noch sein. Okay. Hier ist nicht mehr. Oder ist hier auf dem Friedhof nochmal? Wer hat der Friedhof noch zur Fabrik? Glaub nicht. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Oh Gott. Denk mal nach. Das ist wieder. Okay. Irgendwo ist noch eine Rampe. hier. Die ich nicht verstehe. Vielleicht hier hin. Waren die hier überhaupt? Hm. Hier nicht. Da unten. Weil hier gibt es sicher noch Goat-Statuen. Da unten. Ist das noch in der Fallon-Range? Ist ein Bett. Hallo. Äh. Kopf. Dann Analyse. Sicher auch ein Easter Egg. Ich weiß nicht wo die Analyse ist. Hä? Wo ist denn dieser komische Herr? Hintergrundstück? Ach. Dreck. Zuck. Ist doch das? Ja. Ist das. Grosswerdehöriger. Nigel Jones. Nigel Jones. Das ist doch ein Scheißspiel. Fotograf gestrandet. Elfenbein zum Turm. Ovale. Alter 24. Okay. Oh komm. Böse. Böse Toilette. Ah. Böses Dixi. Böses. Normales Klo. Äh. Da unten. Äh. Wo ist denn noch eine runter? Doch irgendwo weiter unten noch mehr. Keine Ahnung. Eigentlich will ich nicht mehr runter. Aber ich muss mal kurz noch schauen hier. So. Äh. Hier ist auch keine Ahnung. Das ist nur ein Stein. Das ist keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Hey Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Ganze nächste Mal. Ja. Gibt mir Tipps. Gebt mir alles. Ist das eine Rampe? Es ist so schwer, alles selber herauszuwinden. alles macht Spaß. Ja. Das sieht aus wie eine Rampe da. Wie kann man ein Auto da drauf drauf tun? Hm. Wie kriegt man ein Auto aufs Meer? Keine Ahnung. Ist auch keine Rampe umdrehen. Was machen die Gegenstände? Ich weiß nicht. Ich bin völlig gerade verwirrt. Hier oder? Hier ist doch die Rampe. Man sieht halt nicht so viel wie man gerne sehen würde. Hm. Ja gut. Wo? Und hier? Wo ist denn die Rampe? Die zweite Rampe. Da kommt halt ja auch nicht mehr so gut rein. Oh ja. Genau. Oh. Was soll ich denn da sagen? Sind denn auch eine Goldstatuen haben wir sicher nicht alle oder? Ja. Das ist sehr verwirrend hier. Ah. Ich wollte doch reingehen. Aber da drinnen ist sicher nicht die Rampe, oder? Hm. Aber wo geht's nochmals rein? Hä? Also jetzt bin ich echt verwirrt. Keine Übersicht mehr. Wo war das? Irgendwo ging's doch rein. Keine Übersicht echt. Haha. Beide Objekte sind immer durch. Gutscht. Sieht halt so aus, als würde hier zum Beispiel eine Rampe sein. Aber das ist auch nicht. Okay. Keine Ahnung, wo noch eine Rampe sein soll. Vielleicht habe ich einfach das Gebiet noch nicht so im Kopf. Also wie gross es ist. Suche am falschen Ende. Naja. Also ziege auberverschieene Pro. Okay. O mai gau. O mai gau. Coffee stay north. Könnte der Entwikkel sein wie. Sydney thing. Nancy got. Genau NPC number 1. Beruf Haustier dektativ. Okay. Aber wo ist hier eine Chance? Die ist ja mega random irgendwie. Also hier drinnen ist auch keine Lampe. Und die kommen auch wieder raus. Also hier ist die Lampe. Genau voraus. Hä? Also die schaue ich jetzt nach. Ach, die ist wirklich zu schwer. Hier auch nicht, oder? Wie man einfach irgendwie etwas am falschen Ort sucht, oder so. Also einfach nicht genau dort sucht, wo die Rampe ist, oder? Findet man einfach gar nicht. Könnte schon, dass es einfach eine andere Rampe ist, oder so. Hier ist sie auch nicht, ja. Hier ist sie auch nicht. Die Kirche, da unten? Nein, das ist ein Stein. Ich glaube doch, irgendwo bin ich doch mal hier hoch. Und dann gab es eine Rampe. Da ist eine Rampe. Ah, ich hätte links schauen können. Und dann hätte ich sie gesehen. Aber die ist nicht von... Doch, die ist wahrscheinlich schon nicht rum. Okay, da haben wir sie gefunden. Aber meine Güte, ist die weit weg von der Fabrik. Von der Fabrik. Ja, nein, ist leider auch nicht richtig. Na gut, dann fahren wir mal weiter zurück. So, ähm... Könnte schon sein, dass sie dort oben ist noch. Oder sonst irgendwo am Meer. Ja, da stehe ich mir nach oben. So, ich bin die Ziege mit den Ziegen. Ah, da kann ich da nicht kommen. Also, hier oben. Irgendwo. Irgendwo, wo man nicht gut hinkommt. Da drüben vielleicht. Aber da war noch nicht so gut geschaut, oder? Ne, hier ist nichts. Gut. Da unten irgendwo. Ne. Wow. Entwickler, ihr habt Talent beim Pflanzenversteck. Ne. Gibt mir die Schanze Nummer Zwei. Von Bananapack-Faktorie. Boah. Das ist keine Schanze. Gibt mir Schanze Nummer Zwei. Ach, bitte. Ja, macht sehr viel Spaß, das zu suchen. Aber das ist so nütz. Ah, nochmals. Wieso bin ich jetzt wieder ein Huhn? Wieso bin ich wieder ein kleines Küken? Ist das nicht so? Hm. Es gibt keine Boote, liebe Entwickler. Es gibt keine Boote. Ist das eine Schanze? Ist das eine Schanze? Hä? Hallo. Hey. Du Öl. Du bist unkontrollierbar. Mach doch mal. Mach doch einfach das Öl, wird kontrollierbar. Ich bin einfach glücklich. Ich bin einfach glücklich angegangen. Und halt da auch mit diesem Öl, das nicht sichtbar ist. Und dann hat es plötzlich an der Ding nichts gesehen. Okay. Ich stehe auf dem Schlauch. Muss nachschlagen. Fünf Minuten. Also unter fünf Minuten. Die, ist die, nein, die Rampe ist noch vor allem, oder? Das ist zu weit weg. Und die haben wir, glaube ich, auch gemacht. Nee, ich habe ja extra alle nicht gemacht. Doch, die haben wir gemacht. Scheinbar mal. Also sehen wir vielleicht. Okay. Immer schnell aufsteigen. Immer schnell aufsteigen. Okay. Also die Farm wird wieder einfacher sein, aber bei der Fabrik habe ich irgendwie das Gefühl, man sieht sie einfach nicht gut genug. Ich gehe doch mal so da unten durch. Nein, nein, hier ist nichts. Also hier ist wirklich keine. Anze. Nimmens. Dort unten auch nicht. Dort unten. Nö. Nö. Hä? Wie kann man eine Chance finden, die so mühsam irgendwo versteckt ist in der Landschaft? Was du da? Dass du da schon Paranoia bekommst, oder so? Wie schwer das manchmal ist. Einfach so weg einer grossen Welt und... Ach komm. Meine Güte, ist das so schwierig. das sieht man nicht. Wie sollst du drauf kommen, wenn du nicht von dieser Richtung gehst? Kommst du? okay wir haben es geschafft so dankeschön über spiel ich bin froh darüber können wir noch eine chance machen ja jetzt machen wir auch mal so eine chance nicht hier hier haben wir auch mal ein kleiner stein ja genau ultra realistik gut similator ok crash test similator so ok similator hm das ist die frage wie räumt man auf auf einem grossen gebiet aber so mal nicht das ist auch keine chance hier vielleicht irgendwo das ist wirklich scheiß cool wo ist ne chance wenn man sie braucht trage auf in der chance nie das ist wieder meskulier ist die eine chance gewesen ja ich finde jetzt direkt keine chance die polizei hat aber sicher eins im höchst hier die polizei sucht chancen für geiles belastet ja hier ist irgendwo noch eine chance ja oh wie kommt man denn hier hoch der ist sehr versteckt so ähm 3 von 6 ok die nächsten 3 und dann sicher auch noch lustigere dinge noch da ist noch ne chance also zwei im nächsten part und ja es gibt sich noch andere sachen die wir erledigen müssen vielleicht noch die klamotten freispielen und dann aber die halbmission noch machen da ist ein pizzabote und ich suchte mega lange ein pizzaboot ach komm schon was macht der denn hier ich wusste das irgendwo ein pizzabote war aber ich dachte nicht an hier so also dankeschön was zu tun bis nächstes mal tschüss bis nächstes mal mit Untertitelung des ZDF, 2020